Herzlich willkommen bei SWL Energie AG in Lenzburg. Die Versorgungssicherheit ist oberstes Gebot und damit dies so bleibt, investieren wir fortlaufend in unsere Netze. Erdgas ist ein äusserst vielseitiger Energieträger, lässt sich vielseitig einsetzen und stösst deutlich weniger CO2- und Luftschadstoffe aus als Erdölprodukte. Die SWL Energie AG engagiert sich auch im Bereich Alternativenergie. Solar-, Wasser- und Biogastrom aus der Region garantieren eine langfristige Einflussnahme auf unsere Energiezukunft. Die Schweiz ist ein Wasserschloss. Unser Unternehmen gewinnt das köstliche Nass in Grund- und Quellwasserfassungen. Wir transportieren es zu unseren Kunden und halten das Netz in einem guten Zustand. Lenzburger Trinkwasser ist ein idealer Durstlöscher. Nach sorgfältiger Planung mit modernsten EDV-Systemen und der Dokumentation der Werkleitungen mit Hilfe von genauesten Messgeräten erstellen wir die nötigen Anlagen, um die Menschen in der Region mit Energie und Wasser zu versorgen. Dabei achten wir auf eine kurze Bauzeit, möglichst wenig Behinderungen und geringe Lärmemissionen. SWL Energie AG – Wir sind Ihr regionales Dienstleistungszentrum.